moin leute und herzlich willkommen mein name ist die log wir spielen heute mal was ganz neues mal eine runde stacklands ich habe mir das spiel weil ich es letztens irgendwo bei einem anderen youtuber mal gesehen hatte mal runtergeladen weil es nicht viel kostet und ich fand es halt ganz witzig und ja wie ihr sehen könnt ich habe meinen ersten lauf gestartet habe irgendwie ich glaube zwei tage reingesuchtet bin da bei mond 64 und habe mir gedacht ich zeige euch das auch einfach mal und dementsprechend starten wir einfach mal einen neuen lauf ich versuche halt nicht zu viel zu spoilern das ist natürlich der vorteil ein paar sachen kenne ich schon und könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr davon gerne mehr sehen wollt oder nicht ich denke mal irgendwie so zwei drei folgen würde ich jetzt irgendwie aufnehmen ich weiß nicht heute ist der siebte spät abends ich denke mal ich werde die vielleicht morgen zum achten schon hochladen und dann schauen wir mal also für die leute die das spiel nicht kennen das ist halt so eine art kartenspiel ich finde so am anfang ist es halt ziemlich cozy game mäßig wir haben hier oben immer eine zeit da läuft ein mond ab und dann können wir hier mal so kartenpakete öffnen wo halt viele sachen drin sind unter anderem auch münzen für die münzen können wir hinterher neue kartenpakete kaufen haben hier so ein paar quests und wir sammeln halt ideen also man kann halt hinterher aus den verschiedenen karten andere karten machen das heißt zum beispiel hier haben wir jetzt einen bärenstrauch hier oben sehen wir dass wir zum beispiel zwei nahrung brauchen da setzen wir jetzt einfach unseren dorfbewohner drauf und lassen das ganze mal ein bisschen laufen naja soundtechnisch kann man leider die ganzen sachen nicht so wirklich gut einstellen deswegen ich hoffe euch fliegen da nicht die ohren weg wenn da irgendetwas kommt die musik habe ich auf jeden fall schon mal schon mal abgeschaltet weil die doch sehr laut ist aber das spiel ist halt wie gesagt irgendwie ich glaube vier euro oder sowas und dementsprechend ist da einstellungsmäßig nicht viel zu holen am anfang habe ich auch gedacht okay ist doch ziemlich flach das spiel nachdem ich so ein bisschen gespielt habe aber das ist doch sehr komplex weil ich halt wie gesagt lange gespielt habe und ich glaube da erst bei 72 prozent war viel noch nicht freigeschaltet habe und auch viele sachen erst hinterher geschnallt habe jetzt haben wir hier unser nächstes paket oder besser unser erstes paket freigeschaltet noch mal hier einmal auf pause kurz hier unten können wir dann unten links in der ecke sehen neun nicht entdeckte karten hier kriege ich halt felsen bärensträucher holz und stein das holz stein kann man halt verkaufen stein kann man nicht weiterverarbeiten aus dem fels kommt dann halt dementsprechend wenn man glück hat stein raus oder auch ein feuerstein hier sammeln sich dann so langsam mehr und mehr auch die quests genau hier haben wir jetzt einen stein und einen feuerstein und jetzt können wir noch das holz klein machen weil der vorteil ist halt wenn wir es mit unserem dorfbewohner klein machen haben wir halt den vorteil dass wir dementsprechend hier unten steht immer viel das wert ist das holz war ein wert der stock ist zwei wert wenn wir den verkaufen haben wir halt direkt ein bisschen was mehr wo wir hier oben so ein bisschen darauf achten ist das wie gesagt dass wir immer genug nahrung haben unsere dorfbewohner wo wir auch hinterher mehr von kriegen ernähren können und wir müssen halt gucken dass wir unser karten limit nicht erreichen irgendwie bevor dieser mond ende ist hier oben wenn die zeit abgelaufen ist werden halt dann zwei bären an den abgegeben das heißt wir verlieren auf jeden fall zwei karten das kann man sich dann auch so ein bisschen immer ausrechnen dass man ruhig ein bisschen mehr haben darf aber dementsprechend müssen wir jetzt gucken so hier steht verkaufe eine karte züchte mit hilfe von erde einen beerenstrauch das heißt also wir müssen jetzt gucken irgendwo in den paketen gibt es halt irgendwann auch erde wo wir dann sachen anbauen können das heißt wir beere einpflanzen dementsprechend kriegen wir da einen strauch raus das läuft dann zum glück auch ohne dorfbewohner es gibt so ein paar sachen und man kann halt hingehen wie ihr seht wenn ich das übereinander lege würde jetzt hier raus was entstehen was wir jetzt in dem fall ein lagerfeuer das brauchen wir behalte im moment noch nicht verkaufen zwei karten und kaufen uns ein set weil wir müssen auf jeden fall irgendwie gucken dass wir hier nahrung ist auf jeden fall erstmal gesichert das ist gut für den nächsten mond haben wir dann auf jeden fall auch wieder drei bären und hier haben jetzt zum beispiel die idee haus gekriegt das heißt die ideen werden hinterher hier drin unten könnt ihr sehen zwei holz ein stein ein dorfbewohner der baut uns dann ein haus und in dem haus können wir zwei dorfbewohner reinsetzen dann halt neun dorfbewohner machen so die ideen brauchen wir als karten nicht festhalten können wir wieder verkaufen weil die bleiben hier drin können wir mal wieder nachgucken den fehler habe ich am anfang nämlich auch so ein bisschen gemacht ich bin einfach hingegangen habe die karten dann behalten weil ich dachte die idee immer wieder nach zu gucken wäre halt ganz sinnig aber feuer stein bin ich gerade überlegen ob wir den auch verkaufen holz stein dann können wir auf jeden fall verkaufen wichtig ist die pause taste ist halt euer freund damit euch da wird halt die zeit echt nicht wegläuft wenn wir halt hier hingehen schlüssel sind halt seht ihr drei goldmünzen wert sind halt wichtig und kommen hinterher so ein paar kisten mit ins spiel womit man dann sozusagen die schlüssel öffnen kann aber am anfang einen habe ich eigentlich immer so in meinem ersten round habe ich irgendwie drei oder vier stück gehabt ich habe ich auch ewig lange behalten dass es dauert eigentlich lange bis eine kiste kommt aber das ist halt ne drei münzen für eine karte ist halt schon mal ganz gut das können wir auf jeden fall schon mal beibehalten so genau jetzt haben wir unser hausgrad fertig und jetzt kommt erster mond ist vorbei zeit zum essen dorfbewohner werden jetzt inert zack da geht zwei bären flöten alle sind satt geworden wenn sie nicht satt werden sterben sie halt das wäre halt nicht so geil vorteil ist auch ihr seht ja immer die karten fliegen ja immer irgendwie raus wenn dann halt dementsprechend irgendwas ist wenn ich jetzt den bärenstrauch hier neben lege dann weiß das spiel dass die bäre da liegt und stapelt mir sozusagen jetzt die bären die da rauskommen gleich schön da oben stapeln auf das ist auch ganz praktisch das haus brauchen wir erstmal nicht lege ich mir erstmal da unten hin ein bisschen übersicht immer bewahren das wird hinterher sehr unübersichtlich das werde ich auch glaube ich jetzt bei dem dann auch ein bisschen anders machen weil ich halt wirklich alles gesammelt habe und dementsprechend wie gesagt karten limit zu erhöhen ist halt auch manchmal anstrengend muss man einfach so sagen und es wird hinterher auf jeden fall noch ein bisschen wuseliger das muss man einfach so sagen trotz dass es halt ein starres kartenspiel eigentlich ist das heißt also wir haben jetzt nahrung für zwei monate aber wir müssen halt gucken jetzt am anfang ist es halt echt wichtig dass wir karten packs ziehen ansonsten haben wir nichts zu tun und wenn wir nichts zu tun haben ist das eigentlich nicht gut und dementsprechend müssen wir uns zwar gerade nicht um nahrung kümmern aber wir sehen hier sind immer noch sechs nicht entdeckte karten drin so da kam jetzt zum beispiel direkt ein stock raus das ist auch super dann brauchen wir den nicht klein machen dann können wir theoretisch überlegen und es wäre halt echt gut wenn wir schon erdboden kriegen würden wenn wir aber gerade nicht sicher ob es den erdboden macht das auch praktisch wenn der fels eine münze ist ich weiß aber nicht ob ich den erdboden schon im ersten und zweiten set kriege das bin ich mir gerade nicht sicher wir verkaufen den stein und den stock und aus den dingern machen wir auf jeden fall noch dass das finde ich ein bisschen doof die kann man nicht übereinander legen und abarbeiten lassen die bärensträuche hinter kann man übereinander legen also hier haben wir eine neue idee nachkomme okay ein haus zwei dorfbewohner das ist ja das was ich schon gesagt habe aber direkt wieder weg kriegen wir eine münze für wieder können wir das nächste pack kaufen idee stock ein holz ein dorfbewohner haben wir auch schon das haben wir schon rausgefunden indem wir das da drauf gelegt haben und hier haben unseren erdboden der erdboden ist halt wie gesagt ganz praktisch den legen wir uns jetzt einfach da mit einer beere hin und dann haben wir auf jeden fall nahrungstechnisch sag ich mal nahezu ausgesorgt weil wir jetzt auf jeden fall immer wieder aus einer beere einen beeren strauch kriegen das heißt solange uns die beeren nicht ausgehen können wir dort jetzt relativ günstig uns das essen produzieren so hier haben wir zum beispiel das ist dann das ganze was das jetzt ein bisschen ich will nicht sagen anstrengend macht aber so ein bisschen das ganze aufgemischt wird weil ihr seht jetzt zum beispiel wenn ich hier überall schön meine karten sortiert hätte und gelegt hätte die ratte jetzt meinen dorfbewohner angreifen aber ich muss natürlich aufpassen dass die ratte meinen dorfbewohner nicht tötet kann die auch direkt drauf ziehen zum angreifen und kann nur hoffen dass er ohne waffe nicht zu oft daneben haut damit haben wir jetzt das nächste kartenpack freigestaltet da habe ich jetzt gerade weil ich auf pause drücken wollte ein bisschen schnell weggedrückt das heißt wir können jetzt hier auch mal für vier da seht ihr unten gibt es holsteinstock feuersteinmünze baum fels bärenstrauch und noch zwölf nicht entdeckte karten also so arbeiten wir uns jetzt hier so der reihe nach immer weiter durch um dann dementsprechend uns die sachen freizuschalten so jetzt haben wir auch direkt den vorteil wir haben auch direkt einen dorfbewohner das heißt wir haben jetzt in anführungszeichen nahrungstechnisch schon ein kleines problem aber wir brauchen jetzt vier so wir haben den vorteil da kriegen wir auf jeden fall drei raus da kriegen wir den nächsten so hier haben wir die nächste idee hütte hütte ist halt wichtig ihr hütte kartenlimit um vier holsteinstock das heißt da sollten wir auch so langsam gucken dass wir uns dann da auch dementsprechend aufmachen dass wir so langsam mal eine hütte kriegen ihr seht schon wir haben jetzt hier durch einen verbrauch mehr den erdboden haben wir fest das haus haben wir fest also wir brauchen auf jeden fall karten die hier ständig liegen und wir können das alles noch nicht so schnell abarbeiten deswegen wird es auch wichtig dass wir dann auch dementsprechend schnellstmöglich schauen dass wir auch noch einen dorfbewohner nachzeugen weil das problem dabei ist natürlich auch dass wir den nicht direkt bekommen sondern das dauert halt auch seine zeit problem ist nur halt das baby in anführungszeichen will natürlich dann auch gefüttert werden das haben wir dann auch noch das problem das heißt also wir würden jetzt gleich auf jeden fall schon mal ruckzuck unseren nahrungsbedarf erhöhen und das ist auch gut ja anbau und beereboden haben wir schon wissen wir wie das geht stockholzstein war die idee für die hütte genau so noch drei quests um neues paket freizuschalten so nahrungstechnisch sind wir dabei wir lassen aber hier direkt den nächsten stauch weil wenn wir gleich die vier verbraucht haben die beere zählt zwar oben mit die würde auch da rausgenommen werden aber das wollen wir natürlich nicht dass die daraus genommen wird den feuerstein in dem falle würde ich jetzt behalten weil ich den als wichtig erachte das war zum beispiel ganz gut die beerensträucher können was decken die arbeitete in der reihe nach ab das ist ein glitzerstein in folie ist halt einfach mehr wert ich habe aber noch nicht herausgefunden ob es sonst noch irgendwie was hat also wenn ich jetzt irgendwie daraus was baue weiß ich nicht ob das irgendwie dann was besseres wird ob wenn ich jetzt daraus ein haus baue ob ich dann ein glitzerhaus habe keine ahnung könnte man vielleicht mal ausprobieren irgendwie nachher eine hütte draus zu machen die hütte hier ist jetzt natürlich fertig egal gut aber wir haben jetzt zum beispiel hier noch ziegel brauchen wir drei steine einen dorfbewohner dann können wir aus den steinen ziegel machen halt bessere rohstoffe und hier haben wir eine münztruhe eine münze und zwei holz wäre eine münztruhe dann könnten wir sozusagen die ganzen gerätschaften damit reinballern dass sie da nicht rumliegen so hier unten die quests die nerven immer ein bisschen so essen haben wir jetzt erstmal genug das heißt ich würde jetzt erstmal gucken dass wir hier unten noch einen dorfbewohner machen karten technisch sind wir gerade auch ganz gut dabei risikoreich manchmal ok pack and pack gerüchtkampf ich glaube diese gerüchte ich habe es noch nicht ganz verstanden aber ich glaube die sollen halt ein so ein bisschen auf die idee bringen was man halt als nächstes machen kann so genau das baby war schon fertig da snackt sich natürlich auch einen weg hätte natürlich gerne eine sekunde später fertig sein können aber ok das machen wir dann erstmal so hier zum beispiel magischer zauberstab da brauchen wir magischen staub für haben wir aber noch nicht und einen stock dann könnten wir uns da schon mal eine waffe mit herstellen haben wir aber nicht so jetzt haben wir zwei schlüssel ich würde erstmal einen verkaufen weil wie gesagt am anfang brauchen wir die nicht so häufig zwei stock ein stein ergibt eine schleuderkampfstufe 7 das ist schon mal gut zwei stock ein stein weil die sachen also wie gesagt alles habe ich noch nicht so im kopf deswegen vielleicht könnten wir auch gucken ob das eine bessere schleuder wird das wäre vielleicht auch ganz interessant kann man wieder verkaufen und gerüchtkampf ist halt eine einige angriffsarten sind stärker gegenüber anderen zum beispiel übertrifft nahkampf magie das heißt also man trifft auf unterschiedliche gegnerarten und kann dann halt dementsprechend da auch unterschiedliche taktiken wählen so brett so ähnlich wie der ziegel brauchen wir halt nur drei holz für dann machen wir ein brett das hatten wir jetzt gesagt wie gesagt das ist halt ne also es füllt sich hier auf jeden fall zwei stock ein stein das heißt wir brauchen noch einen stock den kriegen wir da raus idee huhn ein huhn ein ei sollte jedem klar sein da gibt es einen küken sprich hier dann direkt einen huhn das heißt tiere gibt es auch hinterher noch so einmal hier die ganzen dinge weg machen zack 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 und haben wir den willkommen haben wir abgeschlossen können wir mal minus vormachen dann ist das ein bisschen kleiner so ok wir wollen jetzt erstmal gucken ob einer eine waffe hat wenn wir aus irgendeinem grund da nachher nochmal rausziehen dass wir dann auch dementsprechend gewappnet sind ne waffen bauen sich zum glück alleine da brauchen wir jetzt keinen dortbewohner für das heißt den können wir direkt auf den baum schicken das ist halt ganz praktisch wir haben jetzt hier noch drei stück drin essen ist erstmal gesichert das ist gut mond ist bei der hälfte so da haben wir jetzt unsere schleuder das heißt wir können gleich einen unserer dorfbewohner die schleuder geben tue ich aber erstmal noch nicht weil wenn er ein das ist dann hinterher miliz oder keine ahnung was halt schleuderwerfer hin und her aber das ist jetzt auch keine folie hat auch nichts besseres ok gut also wir sollten folienkarten anscheinend besser verkaufen das habe ich halt in meinem anderen spielstand noch nicht ausprobiert was da sag ich mal am meisten sinn macht aber dementsprechend nahrung ist gesichert alles gut da kommt gleich das nächste ding noch raus das heißt wir gucken jetzt erstmal dass wir gold kriegen und gleich karten ziehen und dann dementsprechend wenn da sag ich mal nochmal eine ratte oder irgendwas anderes drin ist was fies ist können wir dann dementsprechend einen damit ausstatten ich würde sicherheitshalber einfach mal noch eine zweite schleuder machen weil wir haben hier zwei leute und ich glaube ich mache einfach mal ein lagerfeuer weil im moment haben wir münzen hier fehlen noch sechs karten die wir nicht entdeckt haben hier haben wir noch eine nicht entdeckte karte wir versuchen aber unser glück hier mit dem teureren paket so hier haben wir köttel, köttel habe ich noch nicht rausgefunden was die können aber die ganze zeit noch nicht bin ich ganz ehrlich ich hatte irgendwie gedacht von wegen dass man damit den erdboden düngen kann oder sonst irgendwas aber das hat irgendwie noch nicht geklappt deswegen verkaufen wir den wenn das einer von euch weiß kann das mir gerne mal in die kommentare reinschreiben aber ich habe bis jetzt wie gesagt noch nichts gefunden was ich mit dem köttel machen kann so ein speer ist halt ein holz zwei stock also könnten wir uns auch irgendwie nahkämpfer machen und hier haben wir holzfällerlager das ist sehr wichtig drei holz ein stein ein dorfbewohner ein unbegrenztes holzvorkommen das heißt also da können wir permanent uns dann holz machen so jetzt haben wir natürlich den punkt den wir eigentlich nicht erreichen wollen wir haben nämlich für den guten Mann nichts zu tun der erdboden ist halt gleich fertig ne dann spulen wir hier mal eben kurz ein bisschen vor so hier haben wir dann stein hier haben wir dann feuerstein so einen Beerenstrauch eine Beere rein wir haben genug essen das ist super aber dann müssen wir jetzt erstmal gucken dass wir hier noch ein paar Packs kaufen ja das ist auch immer doof ne ich lege die immer da oben drunter und dann werden die halt immer wenn du neue Karten kaufst da halt rausgedrückt so das ist schon mal ganz gut wir nehmen uns hier die Bäume die können wir zum Beispiel also die dunklen Karten können wir stacken die werden nacheinander abgearbeitet so zwei Schleudern haben wir und ein Lagerfeuer haben wir das heißt da können wir auch schon mal so ein paar Sachen hinterher machen holz so alle einmal essen neun Mond starten gut essen haben wir gleich auf jeden Fall erstmal wieder sicher aber unser Kartenlimit wird so langsam knapp so drei Holzeinsteinen so drei Holzeinsteinen gibt zwei Nahrung ist zwei Wert und wir können hingehen Apfel auf Beere legen weil Apfel auf Beere ergibt Obstsalat das ist halt auch ganz praktisch so Obstsalat hat nämlich dann fünf Wert und drei das heißt den verkaufen wir jetzt müssen wir halt nur gucken dass wir uns damit nicht die Karten legen weil wir brauchen ja dann auch dementsprechend wieder neue Nahrung so das heißt wir haben jetzt hier sieben das heißt wir machen das so und so so und da haben wir ein Kaninchen Kaninchen sind Kotspender, Körtelspender wie auch immer so Lagerfeuer wussten wir schon wie es geht und Garten, Erdboden, Stein, zwei Holz, Dorfbewohner so das ergibt dann einen Garten ist dann halt vom Anbauen her etwas schneller zwei Stein, zwei Holz so und dann brauchen wir hinterher einen Erdboden dafür die Garten wieder verkaufen Stock verkaufe ich jetzt auch einfach mal hier haben wir jetzt alle Karten frei so zwei Holz und dann können wir da ja gut Steinbruch haben wir jetzt auch schon drei Stein, ein Holz das heißt also Sorgen um Steine brauchen wir uns dann auch nicht mehr machen so das Kaninchen seht ihr das hüppelt jetzt hier so munter vor sich hin rum das kann auf Dauer etwas nervig werden weil es halt dementsprechend euch die Karten immer wieder verschiebt so 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 jetzt müssen wir mal eben kurz einmal überlegen was wir machen weil ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss das gleich hier die Leute verhungern okay so den haben wir jetzt ausgerüstet mit einer Schleuder ist eine Miliz das gehen wir hin weil die zwei Kaninchen sind mir auf jeden Fall ein bisschen zu viel ne Karotte perfekt perfekt das heißt essenstechnisch ist erstmal alles gut das machen wir uns aber auch direkt nochmal klein da hat man jetzt gesagt zwei Stein zwei Holz oh perfekt rüstungstechnisch dann haben wir auch das nächste seltsame Küche freigeschaltet ne also ihr seht schon wir kriegen immer mehr und mehr und mehr und es wird immer komplexer okay Essen haben wir genug das ist gleich fertig ich würde aber eigentlich gerne so wie gesagt ich nehme die Schleuder erstmal wieder runter weil Miliz arbeitet langsamer ich würde eigentlich gerne die Karotte anbauen bin ich ganz ehrlich weil wir haben hier halt zwei Nahrung und wir kriegen zwei Karotten raus wir haben zwar da den Vorteil eine Nahrung und wir kriegen drei Bärensträucher raus aber wir müssen halt immer wieder drauflegen das habe ich halt sag ich mal in meinem ersten Spielstand habe ich halt das System verfolgt weil ich das halt irgendwie als sehr lohnenswert angesehen habe weil der Vorteil war halt immer dass ich dann halt Äpfel angebaut habe und halt Beeren angebaut habe das Problem ist aber halt wirklich dass wir bei Äpfel und Beeren immer wieder einen Dorfbewohner brauchen um das ganze weiter zu bearbeiten und wir können es zwar dann zusammenlegen und haben dann halt aus zwei Karten eine Karte gemacht die drei Essen gibt oh nein die Karotte ging drauf aber die Karotte hat noch eine Haltbarkeit okay das war glücklich so jetzt haben wir hier den nächsten Dorfbewohner das ist sehr schön das war lucky dass die nicht aufgebraucht wurde so das heißt das gibt gleich nochmal ja super da haben wir einen Apfel so wie gesagt um Karten zu sparen lege ich die halt zusammen aber das Problem ist halt also das ist jetzt ein normaler Baum da kann halt auch ein Apfel draus droppen aber wenn ich halt hinterher sag ich mal den Apfel hier reinlege dann kriege ich halt einen Apfelbaum der gibt dann halt immer wieder einen Apfel ich glaube irgendwie auch zwei oder drei Äpfel wichtig ist hier wenn ihr die Sachen zusammenlegt auch immer das was da rausspringt muss oben liegen wenn ich den Obstsalat drauflege springt die Karte woanders hin hat aber nichts mit der Reihenfolge zu tun wie es teilweise gegessen wird das ist ein bisschen schade weil ich wollte nämlich damals auch mal so ein paar Sachen aufbewahren und die wurden halt trotzdem einfach gegessen und ja gut also dementsprechend ne ist das halt immer mit einem Dorfbewohner verbunden das ist halt nicht so geil und die Karotte lege ich einfach da rein und wenn die Karotte da rauskommt habe ich halt den Vorteil dass die Karotte direkt essbar ist ne und wie gesagt ich kriege halt immer zwei Karotten das heißt also ich kriege immer vier Nahrung bei jedem Durchlauf das heißt also wenn wir im Idealfall nachher noch irgendwo einen Erdboden herkriegen und zwei anbauen können dann haben wir da eigentlich ne gute Endlosquelle und wie gesagt aus den Packs haben wir den Vorteil wie ihr seht da kommen auch eigentlich in der Regel immer wieder Bärensträucher mit raus wir brauchen Gold das nützt alles nix aber die machen wir vorher noch klein wir müssen jetzt irgendwie an Gold kommen ja nahrungstechnisch ist es jetzt echt Bombe 1,2,3,4,5 wenn da noch eine rausfällt verkaufen wir die Obstsalate perfekt perfekt, perfekt, perfekt so die dürft ihr hoffentlich gleich da nicht rausnehmen wenn der Mond abgelaufen ist wenn das noch nicht fällig ist so ernten und sehen da haben wir auf jeden Fall den Erdboden schon mit drin das heißt also einmal das Paket, einmal das Paket und da haben wir einen Erdboden drin perfekt, perfekt ähm der Garten war zwei Stein, zwei Holz ok, dann machen wir das Holz hier gar nicht klein rohes Fleisch auch sehr gut das hauen wir einfach ins Lagerfeuer dann haben wir nämlich gebratenes Fleisch und der hat erstmal für die weitere Ausbeute ach Moment machen wir so dann haben wir, oh wir haben noch einen Erdboden oh man das läuft ja echt Bombe das habe ich gar nicht gesehen das wir da zwei Erdböden rausgekriegt haben und noch einen Apfel also wie gesagt das Nahrungsangebot ist eigentlich somit das wichtigste weil na könnt ihr euch ja ausmalen desto mehr Nahrung, desto mehr Dorfbewohner können wir ernähren und desto mehr können wir eigentlich machen das heißt also ich würde glaube ich gleich auch nochmal gucken dass wir gleich das anstreben noch einen weiteren Dorfbewohner zu kriegen alle wurden satt vier Karten zu viel ich muss vier Karten verkaufen schwierig 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 Nahrung in dem Falle verkaufen wir nicht wir verkaufen die vier Karten das sind fünf Münzen Nahrung haben wir im Moment genug dann ziehe ich den kurz vom Beerenstrauch habe ich jetzt einen Erdboden verkauft da bin ich gerade am bauen ich dachte gerade schon ich hätte einen Erdboden verkauft okidoki okidoki so dann haben wir hier noch einen Garten wie gesagt das ist so anordnungstechnisch manchmal ein bisschen schwierig zu bewerkstelligen so wenn man sich auch dann so immer schön alles irgendwie irgendwo hin drückt wo es eigentlich nicht hin sei so gut jetzt können wir gucken was haben wir denn wir haben sieben Münzen sieben Münzen hier haben wir zwar alle Karten aber das soll uns jetzt mal eben kurz egal sein der Vorteil ist halt mit den Sträuchern haben wir auf jeden Fall erstmal eine sehr gute Nahrungsquelle bis die Gärten hier alle vernünftig anlaufen wie gesagt die Kaninchen ich habe noch nicht rausgefunden wofür ich den Kot oder Köttel oder was auch immer das ist was die da rausgeben brauchen so ein Knochen ist mega geil habe ich am Anfang alle abgegeben weil ich nichts damit anzufangen wusste es hat lange gedauert bis ich es geschnallt habe werde ich euch aber nachher zeigen falls der Fall der Fälle eintritt so wie gesagt jetzt bräuchten wir nochmal einen Stock dazu am besten der hat nichts zu tun dafür haben wir jetzt unser Holzfällerlager damit der auch beschäftigt ist nahrungstechnisch haben wir kartentechnisch ist jetzt gerade ein bisschen unser Problem wir haben zu viel Karten das heißt wir kaufen jetzt auch kein Pack die beiden Karotten stecken wir hier direkt wieder rein so und der macht das ganze da auch direkt klein damit wir dann auch uns gleich noch eine Hütte bauen können um unser Kartenlimit zu erhöhen so und hier sammeln wir erstmal ein bisschen Knete nahrungstechnisch läuft das gerade super muss man einfach so sagen dafür dass wir vorhin kurzzeitig fast Angst haben mussten es die Leute verhungern so gut wie gesagt das ist nicht schlimm es gehen ja nachher sieben Nahrung weg deswegen macht uns das jetzt erstmal keine Kopfschmerzen ähm der kann aber als Holzfällerlager damit er was zu tun hat ja die beiden haben jetzt auch nichts zu tun ne das habe ich sonst auch selten hm hm ja ich müsste mir noch ein Paket kaufen das die wir zu tun haben aber ich habe gerade ein bisschen Angst wegen meinem Limit wir müssen auf jeden Fall noch eine Hütte machen alle wurden satt keine Karten zu viel weil wie gesagt Karten werden ja verbraucht bevor wir was verkaufen müssten ein sehr sehr großer Vorteil so 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 das sind sieben Münzen davon haben wir eigentlich alles da will ich eigentlich nichts mehr von haben so die Waffenkammer ne 38 nicht entdeckte Karten 15 die Frage ist halt ob wir daraus einen Garten machen oder ob wir da noch was sammeln weil da gibt es nämlich hinterher auch noch bessere Sachen aber ich glaube es wäre sinnig noch einen Garten zu machen erstmal noch eine Hütte wir brauchen Karten es ist Mist ich brauche Felsen wir müssen uns auf jeden Fall noch irgendwie was war das denn das war der Steinbruch war es 3 Stein ein Holz erstmal gucken dass wir Steine kriegen da könnten wir schon ein Brett draus machen da könnten wir schon ein Brett draus machen da könnten wir schon ein Brett draus machen das ist auf jeden Fall nochmal besser das ganze jetzt hier nochmal ein bisschen anders anordnen dass sonst hier die Karten nicht immer so durcheinander fliegen das heißt wenn wir die Karotte hier hinlegen müssten jetzt eigentlich wenn die fertig werden alle da rein und hier könnt ihr jetzt noch ein bisschen sehen das eine ist ja nur der Erdboden der braucht ein bisschen länger als die Gärten ne das ist halt so das ist ein Steinbruch machen wir uns ne Münztruhe wir machen uns ne Münztruhe ach die baut sich von alleine ok so Garten, Holzfernerlage Steinbruch, Lagerfeuer Speer ja der Speer hat nur Kampfstufe 3 aber ist halt ein Nahkampf ne das ist halt die Sache ob sich das lohnt oder nicht ich fand den Speer jetzt nicht so geil wenn ich ehrlich bin hab das mit den Kampfstufen und so auch noch nicht so ganz verstanden so und dann können wir nämlich hier demnächst einfach in unsere Truhe draufschmeißen hier haben wir wieder einen Beerenstrauch und wie gesagt da machen wir uns gerade unser Brett das Baby ist auch gleich fertig dann brauchen wir wieder eine Nahrung mehr unser 5 Wert sehr gut der nimmt sich den Strauch vor den Steinbruch haben wir jetzt hier unten auch aber wir machen erstmal die Dinger hier fertig so damit sind unsere Beeren fast alle aufgebraucht aber ich weiß nicht mehr wir brauchen hinterher auf jeden Fall noch die Schmelzhütte da weiß ich gerade gar nicht mehr wie die ging wir machen uns mal ein Ziegel machen nochmal ein Brett weil wie gesagt das ist halt mehr wert ne da unten haben wir den nächsten und so langsam kommt das Ganze ins Rollen und dann machen wir uns hier gleich noch eine Hütte hin und ihr seht schon obwohl man das hier alles immer schön anordnet aber das Feld wird auch größer desto mehr Hütten man hat so dann haben wir da jetzt schon 10 drin das heißt also wir können 15 wir nehmen mal die Waffenkammer hier können auch Feuersteine rauskommen aus dem Steinbruch deswegen sortieren wir das mal so daneben das kommt mal so daneben so Brett und Schmiede Bumerang Schmiede haben wir halt noch nicht ne das wird nämlich halt hinterher noch ganz interessant oh und da haben wir nämlich jetzt die Riesenratte das ist jetzt das was ich nicht wollte ein Holz 2 Stock wir haben natürlich keine 2 Stöcker ne 2 Schleudern haben wir ok das ist jetzt nicht das was ich wollte aber wir brauchen eben ein paar mehr Waffen das heißt der Vorteil ist um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen wir können unsere Karten vor der Ratte wegschieben weil die Sachen produzieren ja trotzdem weiter so wir haben gesagt 2 Holz 1 Stock das heißt wir gehen jetzt einfach hin die läuft hier drauf zu wir legen den jetzt darüber ganz einfach und jetzt würde ich den hier holen oder oder was schieben wir den darüber das heißt der kriegt schon mal ne Schleuder der hier hat auch ein Helm auf der kriegt auch nen Schleuder dann haben wir nen Knüppel wieso ist das denn jetzt ein Knüppel hä wollte ich nicht nen Sperr machen ach 1 Holz 2 Stock ich hab nen Knüppel gemacht 2 Holz 1 Stock auch gut Stufe 4 deswegen ihr seht manchmal manchmal lohnt es ja doch einfach irgendwelche Sachen zusammen zu legen so dann haben wir nämlich hier nen Krieger und dann würde ich sagen bevor die uns hier weiter nervt in der Hoffnung dass keiner unserer Leute abkackt weil die ist glaube ich doch schon ziemlich stark okay Glück gehabt so ein Schild perfekt dann gehen wir hin und machen den hier einmal full Equip der hat nämlich jetzt schon Gesamtstufe 32 und ein Brett ein Stock ergibt ein Schild ein Brett ein Stock ergibt ein Schild das Schild hat welche Gegenstandsstufe 3 okay okay ja ja ein Brett ein Stock ergibt ein Schild das Schild hat welche Gegenstandsstufe 3 okay okay ja ja das hat Gegenstandsstufe 0 okay da rankt das ja gar nix verkaufen wir das deswegen waren meine Leute mit den Hasenohren so schwach ich hab gedacht das würde was bringen so wieder ab hier rein und dann legen wir uns erstmal darüber und ich würde sagen da wir nahrungstechnisch das eigentlich ganz gut im Griff haben schieben wir uns da den nächsten Dorfbewohner hin schieben wir uns da den nächsten Dorfbewohner hin da haben wir noch 10 ne nahrungstechnisch läuft jetzt super ja ernten und sehen ja seltsame Küche ich weiß nicht mehr wo ne Kuh perfekt Kühe geben Milch Milch ist super so alle Dorfbewohner ernährt perfekt na die ist halt fürs nichts tun gibt die uns halt Milch ist auch Nahrung alles super alles super so ähm da machen wir wieder ein Ziegel draus und dann schauen wir mal das einzige nervige ist halt sie springt halt rum da müssen wir bald mit leben zumindest erstmal zumindest erstmal machen wir hier ein Brett draus ich bin mir gerade nicht sicher ob ich das Rezept richtig im Kopf habe nein das war kein Rezept das ist auch kein Rezept das ist auch kein Rezept das auch nicht das auch nicht das auch nicht machen wir noch ein Ziegel und hier machen wir noch ein Brett das wir erstmal noch bessere Sachen kriegen nahrungstechnisch sieht es soweit auch noch ganz gut aus die sind ja gleich fertig so verdienen wir uns jetzt halt erstmal ein paar Münzen hier oben noch das Holz liegen okay so und hier ist die Milch Milch und Beere ist zum Beispiel auch geil da gibt ein Erdbeermilchshake oder ein Milchshake so und so veredeln wir uns jetzt hier halt unsere Sachen alle durch und haben acht Karten zu viel was jetzt natürlich echt dumm ist aber aber okay was soll man machen ähm ähm hm 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 8 Karten 8 Karten ist echt viel 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 so ich muss mal eben kurz überlegen wie war das denn ich kann das hier aber auch nicht nachgucken weil ich schon für karten freigeschaltet hatte jetzt habe ich die natürlich verkauft alles mit zwei feiersteinen statt zwei brettern ich glaube zwei bretter zwei ziegel und boten waren glaube ich ein bauernhof war das dann mit zwei feiersteinen ich weiß nicht gut nahrungstechnisch wird doch ein bisschen knapp kommt immer noch feuersteinen daraus obwohl wir können ja auch hingehen baum felsen kriegen wir da auch raus da weiß ich nicht baum fels kriegen wir da auch was kommt davon haben wir noch gar kein paket geholt lagerhaus lagerhaus genau stein eisenstange erhöht dann das kartenlimit statt 4 um 14 das ist natürlich auch mega aber wie gesagt für die eisenstange brauchen wir erstmal eisenerz und müssen dann dementsprechend auch gucken dass wir da dann da haben wir bin gespannt ob es das war ok es wird auf jeden fall irgendwas wir brauchen dann sowieso noch eisenerz ne das wird halt noch schwierig wir brauchen nirgendwoher dann eisenerz das kriegen wir glaube ich bis jetzt auch erst nur hier raus oder eventuell von gegnern sonst bringt uns der ganze schmelzofen zwar nix aber wie gesagt den hab ich halt bei mir auch nur einmal gebaut deswegen ist das rezept bei mir auch nicht wirklich hängen geblieben nahrungstechnisch springt auf jeden fall wieder deutlich nach oben das ist gut ja schmelzhütte perfekt haben wir die auf jeden fall auch schon mal wie gesagt auch wenn ihr uns noch nicht viel bringt ok es geht kein essen aus unserem bauernhof raus da kommen wir gerade so mit hin ne puh 6 karten zu viel ja wir gehen erstmal auf gold ne noch zwei weitere ja und das ist ein seltsames portal ne da könnten wir halt reingehen aber ich bin ehrlich da will ich noch nicht reingehen dafür bin ich noch nicht gut genug ausgestattet Problem ist nur wenn wir da nicht reingehen ihr seht das können wir nicht verschieben passiert irgendwas wenn die zeit abgelaufen ist so ähm gut jetzt müssen wir auf jeden fall irgendwas kaufen entdecker 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 da sind aber auch wieder riesenratten drin und wir haben das ding am nacken ne hm 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 na seltsame küche ist neu haben wir da noch gar nix von geholt gebratenes fleisch ja gebratenes fleisch ist jetzt nicht so ne das würdet ihr noch nicht kennen so hier haben wir zum beispiel eine Kartoffel Kartoffeln sind auch geil gibt es auch geile Rezepte ein geiles Rezept für aber da braucht man halt einfach zu viel da braucht man rohes fleisch Kartoffel, Karotte und Zwiebel macht man halt einen mega geilen Eintopf dann sind die halt mega gestärkt und arbeiten doppelt so schnell glaube ich oder kriegen auf jeden fall ne einen buff dass sie schneller arbeiten da genau Eintopf Flagerfeuer, Kartoffelrohr, Fleisch, Zwiebel, Karotte herzhafte Mahlzeit eine Beere, eine Beere ist super weil da machen wir uns ein Shake draus ja Milchshake ne kennen wir schon Karotte, Milch ihr seht schon also das ist das ist noch nichts was wir hier bis jetzt haben ne also das ist alles ideentechnisch etc hin und her wirklich nichts so hier veredeln wir erstmal weiter vom Portal ziehe ich mir die Leute mal eben schon mal ein bisschen weg die müssen da jetzt nicht unbedingt neben stehen bleiben bin ich ganz ehrlich und wir haben eindeutig zu wenig Waffen wir haben 2, 4, 5 Leute aber nur 3 Waffen wir brauchen auf jeden fall mehr Waffen die können wir da noch nicht bauen da brauchen wir eine Schmiede für weiß ich nicht, da finde ich den Knüppel besser das waren 2 Stock 1 Holz haben wir da genommen ne aber das verarbeiten wir gerade zu Brettern das werden wir aber eh abbrechen müssen das sehe ich jetzt schon kommen weil das Portal früher fällig ist und das heißt wir spielen mal eben auf Zeit Rath und Kobold ja geil wir spielen mal eben auf Zeit das kriegen wir hin und gut ist halt wirklich, dass der nicht unsere Dings hier angreift unsere Kuh oder so so das heißt alle equipt und Attacke ja der stößt jetzt natürlich dazu oh das ging ja doch schneller als erwartet Nagelbrett für zähe Bauarbeiter das ist natürlich super gut weil dann kann derjenige der das Nagelbrett kriegt halt als Bauarbeiter fungieren und baut halt einfach die Sachen schneller ne so wenn ich mir das zeittechnisch angucke sind wir auch schon fast bei einer Stunde aber die Stunde würde ich sagen machen wir voll dafür habe ich gerade zu viel Spaß an dem Spiel und ich könnte stundenlang spielen ne ich weiß nicht warum aber ich könnte es einfach stundenlang spielen so da kommt einfach auf den Schlüssel drauf hier haben wir wir könnten nochmal unser Limit erhöhen dann haben wir einen Bauarbeiter und der bastelt uns jetzt da noch eine Hütte zusammen und der geht wieder in Steinbruch der macht das der macht das der macht das und der hat gerade nichts zu tun ok dann müssen wir mal gucken hat er gleich was zu tun kriegt na schauen mal ja ein Bärenstroch sehr gut noch ein Bärenstroch auch sehr gut Moment ne Moment das möchte ich mal eben ganz kurz so haben ja wie gesagt keine ahnung was die machen kann sie halt nicht als Dünger benutzen ich kann sie nicht als irgendetwas anderes benutzen zumindest habe ich bis jetzt nicht rausgefunden wofür die Dinger sind so Hütte fällt wieder ein bisschen größer noch eine Hütte und wie gesagt so langsam geht mir die Kuh auf den Keks so das wäre schön wenn wir die noch veredelt kriegen ein Kaninchen aus dem Bärenstrauch das ist natürlich auch ganz toll noch ein Tier mehr noch ein Tier mehr was hier rumhüppelt und uns alles verschiebt so wie gesagt das das Gewusel wird mehr und größer also von daher das Feld wird größer gerade eben habe ich E gedrückt dann hat das alles noch ein bisschen angeordnet okay schiebt es aber nicht ganz bis anrand hier unten die die Felder noch nicht erkennt okay aber ist ne geile Funktion hätte mir im ersten Run vielleicht auch schon ein bisschen geholfen so du machst das Ding kaputt noch ein Knochen perfekt wie gesagt noch bringen die Knochen uns nix aber der Tag wird kommen da werden wir sie brauchen ja viel zu viele Karten viel zu viele Karten das bringt mal nix die Milchschäcks zu verkaufen oder die sind halt geil weil die fünf bringen ne aber die Kartoffel bringt halt gar nix so die kommt weg zwei vier sieben wir gehen safe und der benutzt natürlich safe erstmal die Milchshakes das war natürlich nicht so prickelnd aber okay egal 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 wir brauchen sowieso mehr Nahrung mehr Nahrung mehr Nahrung ich hab immer noch fünf Karten zu viel achso deswegen will ich nicht weitermachen dann kommt das weg so 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 ich glaube unter Entdecker kann ich das finden aber unter Entdecker finde ich natürlich auch glaube ich fiesere Sachen aber ich glaube wir müssen einmal den Entdecker gehen ja die doofe Kuh ne die schiebt uns da jetzt alles durcheinander so noch zwei wir holen uns ein Entdeckerpaket ja ich hab's mir gedacht so aber das das ist gut da können wir nachher Leute drauf setzen ja so ist das immer wieder ne das die schönste Ordnung die man sich hier schafft die bringt halt alles nix ne also diese ganze Ordnung die man sich hier immer wieder versucht zu schaffen und sich alles schön zu legen die bringt halt rein gar nix ne okay wenn ich die Dinger equippe werden die nicht werden die oben nicht mehr mitgezählt ne vielleicht wäre es doch so langsam sinnig das ganze hier brauchen unbedingt mehr füllen füllen na wir brauchen unbedingt mehr Hütten führt kein Weg dran vorbei mehr Hütten braucht das Land und er schiebt hier schön unsere Sachen durch die Gegend Einmal den Bauarbeiter und ihr schnappt euch den Kram kann wirklich ein Steinbruch hast wenigstens was zu tun und und die nächste Hütte da haben wir hier kein Problem mit unseren Karten kriegen so und hatten wir denn jetzt hier noch Garten Steinbruch Hütte Lagerhaus ja ihr seht schon das Spielfeld es wird größer und größer und größer das ist super das gefällt mir so Dörfe Wunder müssen essen zack 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 okay und wir sollten irgendwie gucken wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwie schaffen dass wir noch einen Erdboden kriegen glaube ich ich glaube einfach das wäre nicht verkehrt obwohl der kann in den Wald der geht einfach in den Wald ganz einfach wir gehen auf ernten und säen nicht so das gewünschte aber okay die Ratte kriegt ja alleine platt denke ich mal sehr gut Lagerfeuer und du schieb mir nicht meine Karten weg Nein nicht die Karten wegschieben vielleicht ich bin nicht die Karten wegschmerzen ich sehe vielleicht bitte ich hätte war bei die kuh hat noch gar keine milch gegeben, ahn Huhn, perfekt, 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 perfekt so, äh, verkaufen, obwohl wir hätten nochmal, was ist denn, äh, der Garten, der Garten, der Garten, Erdboden, Stein, Holz, zwei Stein, zwei Holz. Die Pilze habe ich auch noch nicht verstanden, die sind glaube ich auch wirklich nur rein zum Verzehr gedacht. So, zwei Stein, zwei Holz, ein Erdboden, ein Bauarbeiter, das war jetzt natürlich blöd. Und jetzt da die Zeit wieder abgelaufen ist, ups, aber der baut halt deutlich schneller, muss man einfach so sagen. Und ihr merkt halt, ne, mit dem deutlich besseren Essen, was auch weniger Karten wegnimmt, kriegt man die auf jeden Fall besser ernährt, als wenn man sich tausende von den Karten hier irgendwie sammeln muss. Wie gesagt, Pilze habe ich nicht rausgefunden, ob die noch irgendwie, also habe ich zumindest kein Rezept bisher gehabt, dass man die mit irgendwas kochen kann, oder irgendwie, um die zu veredeln. Da habe ich noch nichts rausgefunden. Hier kommen die Feuersteine weg. Und dann nochmal die seltsame Küche, genau, springen wir über meine Karte drüber, eine Kartoffel, dann Ofen, 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 Ziegel, Eisenstange, Feuerstein, Koch, schneller als ein Lagerfeuer. Seltsame Küche, genau, hier haben wir die Zwiebeln, die Zwiebeln haben wir auch weg. Omelette, Lagerfeuer und zwei Eier. Eier haben wir noch nicht. Theoretisch, wenn ich mir jetzt überlege, das gibt ja sechs, ne? Anstatt wenn ich drei zusammentue für fünf, dann ist das eigentlich doch cleverer, die auf Stocker zu trimmen. Eigentlich. Das Problem ist, ist hier auch, ne, hier ist ja nicht, ne, hier haben wir nur die seltsame Küche, wir nehmen das hier. Da haben wir noch eine Kuh. Die Kuh macht Blu und gibt uns Milch. Das ist immer gut, weil, ne, Nahrung ohne was zu tun ist immer gut. Und wir können es im schlimmsten Fall veredeln. So, hier, das Ei tun wir auf das Huhn, weil wir haben ja gelernt. Oh, hier haben wir Waldamulett, dafür brauchen wir auch wieder eine Schmiede, haben wir noch nicht. Ne, der Vorteil ist, das Huhn hüpft halt nicht mehr rum. Das ist halt das Geile, das Huhn hüpft einfach nicht mehr rum, wenn wir da ein Ei, das bleibt still sitzen. Damit haben wir uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Ruhe gekauft, obwohl die zwei Kühe natürlich noch genug Unruhe reinbringen werden. Na, da machen wir noch einen Obstsalat, da haben wir noch eine Milch für einen Shake. Oh Gott, jetzt geht es rund. Wir hatten gerade auch seltsame Küche geholt, oder? Na, hier muss ich gerade mal ein bisschen gucken, wo haben wir ein Fried-Tater, Lagerfeuer, Ei, Kartoffel. Also theoretisch, wenn wir eine Kartoffel haben, können wir auch noch Fried-Tater machen. Ei und Kartoffel ist Fried-Tater. Da haben wir noch einen Bärenstrauch. So, einen Mond machen wir noch, dann soll es für heute das erste Mal gewesen sein. Zwei Karten muss ich verkaufen, ja gut, das ist ja nicht schwierig, wir wollen ja eh die Stöcker verkaufen. So, okay. Okay, ein Portal ist wieder erschienen, ja okay, okay. Okay, ein Portal ist erschienen. Dann, wenn wir nicht gerade überlegen, was wir machen, weil... Jeder hat eine Waffe. Dann sollten wir das aber definitiv vorher angehen. Auch wenn das die Chance hat, Blutung zu haben, also Blutung zu machen, nehmen wir das aber runter. So, und jetzt machen wir nämlich einen Trick. So. Einer muss zurückbleiben. Der mit dem Morgenstern bleibt garantiert nicht zurück. Dann bleibt der hier zurück. Ja, ich möchte durch das Portal reisen, weil statt wir uns angreifen lassen, greifen wir jetzt zurück an. Eine alte Frau. Guten Tag Reisender. Jetzt wo sie sich nähert, sieht sie überhaupt nicht mehr aus wie eine alte Frau. Sie ist eine böse Hexe. 300 Energie. Du bist gekommen um Rache zu üben, aber mich besiegst du nicht. Zum Glück muss für dich direkt gegen die kämpfen. Ich weiß auch nicht, ob wir hinterher nie kämpfen müssen. Keine Ahnung. Aber wir machen den Gegenangriff, bevor wir uns angreifen lassen. Ein Eisenschild. Geil. Du hast Benderkeilen besiegt, aber ich habe noch viele weitere. Zweite Welle bekämpfen. Der hat nur noch 5 Energie. Ich würde sagen, nein, wir gehen hier raus. Idee Eisenschild. Brauchen wir eine Schmiede für? Haben wir noch nicht. Aber wir haben ein Eisenschild und das Eisenschild hat Gegenstand Stufe 7. Das ist sehr, sehr gut. So, wer ist der mit dem Morgenstern? Der hat den Knüppel. Der hat den Knüppel. Der hat den Morgenstern. Das heißt, dann kriegt der auch noch ein Schild. Der hat nämlich schon Gesamtstufe 26, 27, 22. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt können wir auch ein Dauerportal machen, wenn wir magischen Staub hätten. Dann können wir immer wieder zur Hexe reisen, wann wir wollen. Ja, das ist alles so unübersichtlich. Ich muss die jetzt echt ausklappen. Ne, ich wollte gerade sagen. Da, das Dauerportal, das Eisenschild. Okidoki, okidoki, okidoki. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder hier so ein bisschen... Ach, das ist immer... Wenn das hier einmal alles so durcheinander geschoben wurde. Ich hab noch nicht rausgefunden. Ist das denn auch schneller? Zählt das als Bauarbeiten? Ich weiß es nicht. Der geht wieder in den Wald. Der geht da hin. Wie gesagt, wenn der Mond vorbei ist, machen wir Ende für heute. Gucken wir mal, irgendwas wir noch so hinkriegen. Dann hast du die nächste Karotte fertig. Kühe bleibt da oben. Noch ein Milchshake. Hier können wir eben ein paar Beeren pflücken. So, und ich würde sagen, wir holen uns nochmal ein Entdeckerpaket. Mal schauen, ob uns das jetzt ankackt, aber... Ach, noch ein altes Dorf. Okay. Das heißt, wir haben noch was zum erkunden. Und die hier gefällt mir aber nicht. Ne, der geht doch nicht da rein. Der geht doch lieber nicht da rein. Nicht, dass der nachher noch stirbt, wenn ihr den angreift. 5 Energie ist nicht so wahnsinnig viel. Und die 3 kriegen da auch irgendwie hin. Sehr gut. Da muss unser Lager feuern. Hä? Ach, da liegt das Ei drauf. So. Ne, Krieger gehen da arbeiten. Und er kann noch einen Stock machen. So, jetzt haben wir zwei Hühner. Ich setze direkt wieder eins fest. Aber wir wollen viele, viele Eier haben. Das sind nämlich für uns hinter Gratis Omelettes. Und im schlimmsten Fall können wir die Viecher auch kaputt hauen. Und kriegen im Idealfall Ei oder Fleisch oder keine Ahnung was. Meistens hab ich immer das Glück, dass ich nur Schund rauskriege. Und dann nehmen wir jetzt schon, ne. Also immer Gold, 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 Gold. Also Münzen besser gesagt. Die sind halt recht wichtig. Einfach um sich immer weiterhin Packs zu holen. Ich würde sagen, hier haben wir noch so gut wie nix rausgeholt. Da sind auf jeden Fall noch viele unentdeckte Karten. Hier sind noch zwei Stöcke rausgekommen. So, hier haben wir unser erstes Eisenerz. Das ist super. Das ist super. Das bewahren wir aber auf, weil wir wollen uns nachher auch nicht wie so ein Steinbruch und keine Ahnung was. Sondern wir wollen halt eine Eisenader haben. So, Eisenstange und zwei Stock ist ein Schwert. Ich finde das auch schwierig. Das Schwert hat Kampfstufe 4, ne. Wenn ich jetzt überlege, was hatten wir hier? Schleuder hat Stufe 7. Morgenstern hat Stufe 8. Knüppel hat schon Stufe 4. Finde ich das Schwert, wenn man das so spät und für Eisen kriegt, recht lahm, ne. Also deswegen habe ich diese Stufen halt noch nicht so richtig verstanden, was mir das sagen soll. Ob das halt gut ist, schlecht ist oder noch andere. Weil Knüppel, Schwert ist halt für mich beides eine Nahkampfwaffe, ne. Von daher. Na gut, wir ernähren unsere Dorfbewohner. Wir müssen fünf Karten verkaufen. Okay. Äh, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Da wir aber im Moment waffentechnisch eigentlich ganz gut dastehen, würde ich sagen, wir hauen die Knüppel weg. Und wir hauen die drei Dinger weg. Gut, dann würde ich sagen, ne, war es das hier erstmal. Ich hoffe, das hat euch erstmal soweit gefallen. Wie gesagt, war jetzt eine ziemlich lange Folge, ne. Dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr mehr sehen wollt. Also ich denke mal ein, zwei werde ich auf jeden Fall noch aufnehmen. Irgendwie, morgen, übermorgen. Wahrscheinlich bevor ich die Folge hier komplett hochgeladen habe. Und, äh, ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, ne. Gerne ein Abo da lassen. Und gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr mehr sehen wollt, ne. Dann mache ich das noch irgendwie als, versuche ich das in den dritten Einspieler mit reinzukriegen. Jetzt kommen mir die Weihnachtsfeiertage, glaube ich, ein bisschen Zeit. Kann ich ein bisschen vorproduzieren und das Spiel, dass ich suche das so oder so, ne. Also, ob ihr das jetzt sehen wollt oder nicht. Ich werde es privat weiterspielen. Ähm, und ja. Also wie gesagt, nicht den Speicherstand, ne. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Würde mich freuen. Bisschen Feedback. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.